jo servus liebe leute und herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten sonntagsplan hier mit our church and halloween pinball maschine 2 ja heute kommt dann maschine 2 letzte woche war maschine 3 irgendwie haben sie das vertauscht keine ahnung ja wir müssen wieder pinball spielen ja flipper 1000 points müssen wir erreichen 36 trophäen gibt es auch dieses mal wieder also heute bei den sonntagsplatin bei beiden 36 trophies hier ja ihr steuert das ganze hier wieder mit l1 und r1 eigentlich wie wie gehabt da ist er genau durch die mitte nein so da haben wir schon die 1000 points easy peasy eine minute platin aber ich mache einfach mal weiter bis die trophies da fertig sind mit aufpoppen wir sind erst bei 650 mit den trophies irgendwie kommen sie nicht so hinterher 900 ich lasse mich jetzt mal sterben machen wir das so so da sind die 1000 points 100 prozent und da ist die begehrte platin nice haben wir ja leute dann war es das schon wieder von mir vielen lieben dank fürs zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat liken kommentieren und wenn ihr es noch nicht getan habt abonnieren glocke aktivieren damit auch keine videos mehr verpasst bis zum nächsten mal macht's gut und servus